Es gibt eigentlich heute nur eine Sache, die für die Märkte wirklich relevant ist und das ist Jerome Powell in Jackson Hole und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Ausblick auf das, was für heute zu erwarten ist. Wir hatten ja gestern diese leicht hawkische, schockierenden Aussagen von dem Philly-Fat-Chef, also dem Chef der Philadelphia-Fat Harkin, der nochmal klar gemacht hat, naja eigentlich ist doch alles in Butter, die Wirtschaft läuft, der Arbeitsmarkt ist sehr stark, wir haben gestern wieder extrem starke US-Arbeitserstanträge. Wir bekommen 209.000, also von der Seite her ist da wenig Handlungsdruck eigentlich seitens der Fed und genau das hat der junge Mann hier gesagt, hat gesagt, naja ist doch ein bisschen übertrieben jetzt hier auf Panik zu machen, wenn wir uns die Daten anschauen, sehen wir, dass die Inflation langsam steigt, dass der Arbeitsmarkt gut ist, dass die Wirtschaft insgesamt gut ist und das hat die Märkte gestern ein bisschen schockiert und meine These ist, dass Harker das natürlich jetzt nicht aus dem hohlen Bauch sagt, sondern dass das abgestimmt ist mit der Fed, dass sich Jerome Paul heute nicht wesentlich anders wird äußern können als dieser Fed-Gouverneur. Dementsprechend sind die Märkte vielleicht ein bisschen falsch gewickelt, wenn sie diese Aussagen nicht ernst nehmen. Schauen wir uns erstmal an, was eigentlich die Erwartung der Märkte ist. Das ist die Wahrscheinlichkeit, die die Fed-Fun-Futures einpreisen für das, was dann bei der nächsten Sitzung, 18. September, passieren wird. Denn zu 88,8 Prozent, dass es eine 0,25 Prozent Senkung geben wird und zu 11,2 Prozent, dass es einen großen Schritt geben wird. Also eine Zinsdeckung von 0,5 Prozent. Wir waren kürzlich noch sogar bei 41 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es einen großen Schritt gibt. Aber diese hockische Rhetorik, die hat doch ein bisschen für Ernüchterung gesorgt, sodass man hier ein bisschen seine Erwartungen nach unten geschraubt hat. Was wird noch wichtig sein? Wir haben zunächst mal hier das Programm, schauen Sie sich das mal an, das ist das Programm hier von Jackson Hole. Da sehen wir hier Professor, dann kommt Jerome Paul um 8 Uhr Ortszeit, 16 Uhr bei uns, dann kommt der nächste Professor, dann kommt wieder ein Professor, dann hier ein Professor. Also das ist eine Elfenbeinturmparty, ist eine Veranstaltung von Akademikern für Akademiker. Dementsprechend ist das eigentlich gar nicht das Forum, das hier wirklich geeignet wäre, den Märkten eine Botschaft zu geben. Aber es war Ben Bernanke, der einst Jackson Hole mal genutzt hat, um wirklich eine große Message an die Märkte zu geben. Damals, soweit ich mich erinnere, war es die Aussage, dass man mit dem Quantitative Easing aufhören wird, also mit den Anleihekäufen. Das haben die Märkte damals nur mäßig gutiert, weil es eben hieß, die Liquiditätsparty endet bald. Noch ist es nicht so weit, dass die Liquiditätsparty wieder beginnt, aber möglicherweise sind wir schon auf dem Weg. Dahin schauen Sie sich hier mal die Fettbilanz an. Da sind wir bei 3,78 Billionen. Wir sind hier doch ein bisschen runtergekommen von 4,5 Billionen. Wenn die Dinge eng werden, das hat das Fettprotokoll schon gezeigt, dann muss die Fett eben wieder Quantitative Easing betreiben oder glaubt betreiben zu müssen. Das ist sozusagen das, was dann kommen könnte. Dann würde dieser Chart wieder nach oben gehen. Was haben wir noch? Wir haben das Problem, oder Paul hat das Problem, dass er jetzt in der Falle sitzt. Hier der Twitter-Account von Jerome Paul, das ist allerdings kein echter. Der sagt, wenn meine Rede enttäuscht, dann werden die Märkte fallen und ich werde gefeuert. Wenn ich jetzt sage oder andeute, wir werden einen großen Zinsschritt machen, dann werden alle sagen, naja, ich bin die Bitch von Donald Trump und Trump wird mich dennoch hassen. Wenn ich jetzt dann sogar QI ankündige, werden sie auch sagen, naja, ich bin ja die Bitch von Donald Trump und wenn ich gar nichts tue, so oder so, ist es immer falsch. Entweder werde ich sozusagen als Bitch von Donald Trump bezeichnet oder eben werde ich gefeuert. Also ich bin in einer extrem schwierigen Situation. Das ist ein Fake-Account, der allerdings immer wieder witzig die Zwangslage von Jerome Paul sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Die Lage der Konsumenten in den USA, die ist nicht ganz einfach, denn der US-Konsument ist gewohnt, dass wenn Zinsen beginnen zu sinken, er weiß, oh, dann kommt eine Rezession. Das ist genau das, was hier die Umfrage der Universität Michigan jetzt ergeben hat, dass a, die Leute in den USA sehr stark mental jetzt rechnen mit den Wirkungen der Strafzölle gegen China. Und dass sie eben auch davon ausgehen, dass eine Rezession vor der Tür steht und sie deswegen ihre Ausgaben schon ein bisschen reduzieren, dass sie sich also vorbereiten auf die Rezession, nicht mehr so großzügig Geld ausgeben. Das sind so diese selbst verstärkenden Effekte, diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, wie ich sie einst in einem Video genannt habe. Was haben wir noch? Wir haben jetzt eben den Terminkalender 16 Uhr, die Rede von Jerome Paul, das wird das alles Entscheidende und dann auch noch die Verkäufe in neue Häuser in den USA. Aber das wird ein Ding sein, was die Leute nicht wirklich interessiert. Alles wird auf Jerome Paul blicken, die Rede wird wahrscheinlich nur schriftlich vorgelegt, eben nicht live übertragen. Das ist in Jackson Hole gar nicht üblich. Achten Sie auf ein Wort, das ist das Wort somewhat, also etwas, einigermaßen. Das ist in Zusammenhang mit den Abwärtsrisiken, die die Fed sieht. Wenn Jerome Paul sagt, somewhat hätten die Risiken zugenommen, dann ist das eine klare Andeutung auf eine 0,25% Zinssenkung. Sie wissen ja, Notenbankersprech ist kodiert. Es sind sozusagen Codewörter, Schlüsselwörter, die etwas signalisieren. Das ist ähnlich übrigens auch im Neuen Testament bei der christlichen Bibel. Da sind bestimmte Wörter eben, die haben Bedeutungsdimensionen und da sozusagen die neuen Götter eben die Notenbanker sind, bedienen sie sich eines solchen Vokabulars, wo sie den Gläubigen bestimmte Codewörter ergeben, die dann die Eingeweihten, die Schriftgelehrten sozusagen deuten können und der Masse dann erklären. Seht ihr, das bedeutet das. Das ist sozusagen jetzt das entscheidende Wort, somewhat, auf das wir achten müssen. Schauen wir rein in die Charts, was wir hier sehen von Capital.com. Was wir hier sehen ist der S&P 500. Wir sind gestern mal runtergedippt nach den Aussagen von Harker, sind dann aber wieder raufgekommen. Derzeit, das musste so ein bisschen, die Asiaten sind irgendwie gut gelaunt. Die Chinesen erwarten Stimulus, die Amerikaner wissen nicht so genau, was der Fall ist. 2.940, das ist der relevante Widerstand. Wir haben ein ähnliches Bild beim Nasdaq, wenn er denn kommt, ähnliches Bild auch beim Dow Jones 7.740. Der Nasdaq, der Dow Jones nicht weit davon entfernt. Dauert ein bisschen lange, bis hier die Charts displayen. Dann machen wir doch einfach mal den DAX, vielleicht kommt der schneller, Schatz, der DAX ist schneller. 11.797, also nach wie vor an der 8.000er Marke. Hier seitwärtsgeschiebe auf breiter Front. Der Euro wird natürlich stark betroffen sein hier. Von dem, was John Paul zu sagen hat, 1.1068, also weiter Druck nach unten, Dollarstärke. Wir sehen, dass Gold auch ein bisschen runterkommt von den Höchstständen, 1.495 und das amerikanische Crude Oil. Das ist bei 55 in Dollar und 30 auch ein bisschen runtergekommen. Also, es gibt ja eine riesen Diskrepanz zwischen Märkten und der Fed. Die muss Jerome Paul heute ein bisschen verkleinern, sonst haben wir ein Thema. Gestern hat das Harker versucht, die Märkte haben kurz schockiert reagiert, aber dann hat sich gesagt, naja, das ist ja nur der Chef der Philadelphia Fed, der ganz große Chef, der kommt morgen. Wir haben deswegen auch wenig Umsätze gesehen gestern an den Märkten, an der Wall Street im Speziellen. Das war alles sehr, sehr dünn. Dünne Umsätze heißen meistens dann, dass die Kurse so latent nach oben gehen. Erst wenn größere Umsätze sind, dann sieht man, dass der Fluchtimpuls ein bisschen da ist und meistens ist das gekoppelt mit einer Abwärtsbewegung. Also mal schauen, was Paul heute liefert. Viele haben sich zurückgehalten, viele werden jetzt erst agieren, wenn sie hier von Paul Hinweise bekommen. Und da sieht es so aus, dass Paul sich alle Optionen offen lassen wird. Sagt, wir sind datenabhängig, wir gucken mal, wir werden flexibel sein. Vielleicht sind wir dann also nach der Rede nicht schlauer als vorher. Wir werden sehen, ich wünsche jetzt das allerbeste. 16 Uhr die Rede bei Finanzmarktwelt, sobald sie da ist, werden sie da auch finden. Ich wünsche das allerbeste und sage Servus und Ciao. Bis zum nächsten Mal.